Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Lord of the Rings Adventure Card Game. Der letzten heutigen Folge, vorher kam die Ada-Analyse und Let's Play Der Herr der Ring in das dritte Zeitalter. Das dritte Zeitalter fällt morgen aus, Enclave fällt heute aus. Ja, auch diese Folge geht jetzt hier nur eine Viertelstunde, deswegen wollen wir gar nicht lang zögern. Beim letzten Mal haben wir die Des Schattens Lange Armen Kampagne erfolgreich abgeschlossen. Wir haben den Anduin herab die restlichen drei Missionen geschafft. Und ja, ich habe wie versprochen das Abenteuer den Anduin herab noch zweimal gespielt. Ich zeige euch kurz, was wir bekommen haben. Und danach habe ich wie angekündigt, also wir haben einmal Heil der Spieler-Avatar und einmal den Hügel-Troller-Spieler-Trophäe bekommen. Und danach habe ich wie angekündigt unser Deck umgestellt, weil es keine Kommentare gab. Das will ich euch auch noch kurz zeigen. Hier in der Deckerstellung. Das Let's Play Deck ist noch drin. Ich habe auch ein Dumne-Dein-Deck erstellt. Das zeige ich euch auch. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich den Folgen mache. Mal gucken. Also bei uns im Liler Deck ist eigentlich nicht viel anders. Wir haben jetzt im Liler Deck den... Ein Eiserweger-Wachkosten ist draußen. Und der Zwergen-Syldner ist draußen. Dafür ist drin Tom Bombadil. Und der Hügel des Waldes, den wir erst in der Zeit vorhin kennen. Und ansonsten habe ich die Rüstung des Erbors rausgetan für das Schild von Gondor. Weil ohne die Rüstung des Erbors wäre im letzten Part Dein nicht gestorben. Ich glaube sonst ist es gleich. Ich sage trotzdem kurz. Einmal Narya. Einmal Verlust für die Macht. Einmal Süden-Inneren. Eine Ehrenbauwache. Ein Gnubel-Werteidiger. Ein Umhang der Waldberäufe. Einmal Vermichtete des Nords. Einmal Verstärkung. Zwei Waldmenschen. Ein Ziegelbergmann. Einmal Pony. Einmal Aerostor. Einmal Kram. Einmal Eisbeer-Gewachkosten. Einmal die Freiche Knappe. Einmal Rahmenflügelhelm. Einmal der Ruhigen-Planzenreiter. Einmal der Rechte und der Feste. Einmal das Schwert von Númenor. Zwei Hüter von der Númenas. Zweimal Erkenbrand. Einmal Schild von Gondor. Einmal Tom Bombahil. Zwei Wächter von Arnor. Ein Gandalf. Und ein Hüter des Weiles. Ich bin es jetzt noch schnell durchgegangen. Weil wir haben jetzt gerade sehr wenig Zeit. Ich glaube sonst hat sie nichts ändern. Ja und dann habe ich das Dúnedain-Deck mal versucht. Das ist ein Lüder-Rot-Deck. Man kriegt nicht alle Dúnedain. Weil die Dúnedain gibt es zwei Lüder-Rot und Blaue. Ich habe deswegen Lüder-Rot genommen. Weil bei Rot gibt es einen Dúnedain. Den Jäger der Dúnedain. Den ihr schon kennt. Der zwei Rote braucht. Da musst du ihn entscheiden. Wir haben hier einmal Argon drin. Einmal Nebulas. Und einmal I3. Das ist auch eine Dúnedain. Das ist ein Dúnedain. Ein Zal. Zehn Gesundheit. Zwei Leben. Ein Willenskraft. Und sie geht spielbereit. Wenn sie etwas tötet. Da es ein Dúnedain-Deck ist, war sie für mich selbstverständlich. Ich habe halt echt überlegt, ob ich hier ein Lüder-Rot-Blaue-Deck mache. Aber fürs Erste habe ich zwei Wunten und zwei Wunten. Einmal der Bogen der Galadrim. Plus ein Schaden- und Herkampf. Narya natürlich. Der Grünwald-Verteidiger. Dann der Dúnedain. Ihr wisst, den mag ich nicht so. Weil er ruft halt automatisch einen Gegner von Sauron. Also Sauron kann Gegner spielen mit ein bis drei Kosten. Aber ja. Sechs Gesundheit. Zwei Schaden zur Willenskraft. Der ist halt nicht schwach für einen. So ist mal gucken. Vielleicht meist doch. Also ihr geht nur, wenn wir beide Roten haben. Ansonsten würde ich es halt wieder Roten-Blauen nehmen. Und dann gelten. Die mit der Blauen sind lockerer. Aber dafür ein bisschen schwächer und ein bisschen drüber. Genere Meinung dazu. Dann haben wir derzeit noch den Schall der Ruhe ihren Körper. Gewährt plus ein Schaden. Man schützt bis zu drei Charaktere in der Runde. Das ist nicht cool. Der Steinhagel. Der Steinhagel führt einem zufälligen Gegner einen Schaden zu. Und das kann man für jeden Verbündeten wiederholen. Das heißt, wenn man da ordentlich Verbündeten hat, kann das ordentlich Schaden machen. Dann haben wir den Umhang des Waldläufers natürlich. Weil Waldläufer vermächtet es nur uns ebenfalls natürlich. Dann haben wir Versuches nochmal. Der Angreifer kriegt beim nächsten Gegnerschen Angriff Schaden. In Höhe des Schadenswerts von dem, den er angreift. Wir nehmen jetzt eine sehr nette Karte. So haben wir mal der Waldmensch. Das war mal der Bummschütze von Fornost. 4 Gesundheit, 1 Schaden und Verkampf. Außerdem plus 1 Schaden, wenn er was tötet, geht es 3. Das heißt, im besten Fall macht er 4 Schaden. Die Ehrengarde. 4 Gesundheit, 2 Schaden. Und gibt bei jeder Auffrischung einen Charakterblock. Außerdem einen Charakter abschirmen, wenn sie stirbt. Der hilfreiche Knappe. Der Rahmenflügelhelm, der wohl im ganzen Reiter der rechten Reste. Dann Beorn. 6 Gesundheit, 2 Schaden, 1 Willenskraft. Und plus 1 Schaden für jeden Gesundheit, der es her verliert. Man kann ihn halt nicht verstärken. Man muss den Hut beschützen, aber Beorn kann das richtig einhauen. Dann auf die Orks. Das sehen wir hier schon. Die lieben Ork, 2 Schaden zu. Wieder von Aluminas 2 Mal. Erdmüren 1 Mal. Von Bombardie 1 Mal. Hier haben wir ihn nochmal. Mit der Gesundheit, 3 Schaden, 1 Willenskraft. Und besiegt einen wieder bei einem Kunden. Bleibt halt nur ein Zug. Fütter des Waldes 1 Mal. Kriegs aus Ostungen. Kennen wir aus der Rohrenkampagne. Plus 1 Schaden, plus 2 Leben und Block. Zweimal Wächter von Arnor und Gandalf. Ich weiß nicht, wie gut das Deck ist. Wir können es ja mal ausprobieren. Aber ja, das habe ich auch gemacht. Vielleicht probieren wir es auch gleich aus. Mal schauen. Wir haben ja jetzt noch 9 Minuten. Das heißt, wir werden noch ein Abenteuer anfangen. Wir starten jetzt eine neue Kampagne. Ich nehme jetzt mal das Schattensfall. Und hier fangen wir jetzt an mit der Grube von Nibidum. Mit dem dritten Abenteuer. Und hier werde ich jetzt mal das Tunnel-Deck einfach testen, würde ich sagen. Warum eigentlich nicht? Hier ist Führungshokus noch. Ich weiß nicht, ob wir das mal gesehen haben. Weil die anderen Fokus-Decks sind da vorne. Ja, ich probiere das Tunnel-Deck mal. Wie sich das... Oder vielleicht probiere ich es immer oft mal. Ja, ich weiß es jetzt nicht. Ne, ich probiere es jetzt hier mal. Erliebnis. Und los geht's. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier zu viel kommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt heute wirklich einen Schlag schaffen wollen, aber ich will es mal ausprobieren. Ja, wir sind in Nibidum und es ist hier drohende Gefahr. Und mit jedem Schritt ein Labyrinth aus verwinkelten Passagen, hier kann jederzeit was angreifen. Das ist halt leider keine Zwerge. Dunkles Labyrinth. Ich bin Aragorn, Sonn von Arathorn. Ich bin Idraen, Defender des Norden. Ich bin nicht der Tod. Okay, mal gucken. Ja... Das hätte ich jetzt ungern. Ich hätte gerne... Obwohl... Ich bin bei der Knappe, ne? Ja, ich lasse es mal, doch. Das ist so die Hand. So, mal grob gelten. Finde ein Video-Test-Labyrinth. Zwei Fledermäuse, das ist nicht die. Nikolas darf gar nicht mal einen Schaden machen. Das ist ja sein Auffrischungseffekt. Er nimmt natürlich eine Federmaus. Was haben wir hier? Abgelegte Fackel. Er hat eine entzündete Fackel. Es gibt Auffrischung plus eine Ficksalskörer. Wenn du dich durch einen engen Durchgang in Richtung eines Lichtschimmers quetscht, fühlst sie sich äußerst verwundbar gegenüber dem, was auf der anderen Seite wartet. Zu einer Erleichterung handelt es sich bei dem Licht lediglich um eine unbeaufsichtigte Fackel. Sie sollte dabei helfen, ein Weg durch diesen dunklen Gänge zu führen. Okay. Bei fünf Füllenskraft, starker Wille. Jeder Charakter mit mindestens fünf Gesundheit. Mache jeden Charakter mit gesundheitbereit und füge jedem einen Schaden zu in eure Block. Das irritiert mich gerade. Blut deine Gefährten, bring frischen Mut auf, um die Erschöpfung in Angst abzuschütteln. Bei sieben Hoffnung an dunklen Orten. Minus drei Bedrohung, wenn die Bedrohungskarteanzeige bei 40 oder mehr liegt. Sonst jeder Charakter ein Gesundheit. Okay, das ist schön. Obwohl du dich tief im Unterschubst des Feinds befindest, sie ist zur Stärke aus der Verbundenheit mit deinen treuen Gefährten. Und ortspezifisch. Bei zehn. Ein Licht im Dunkeln. Du findest einen Weg aus dem finsteren Labyrinth hinaus. Ah ja. Damit muss man wahrscheinlich, wir würden wahrscheinlich quasi automatisch. Du kannst am Rande des Bigfields ein schwarzes Licht ausmachen. Du weißt zwar nicht, was dich dort abwartet. Aber das ist immer noch besser als durch die Labyrinth entgegenziehen. So, hier haben wir schon mal deine Ferne für fünf Willenskraft. Ähm, minus eins für jeden, auf jeden Beitrag zur Schicksalgradanzeige und Rache minus ein Kosten für wirklich ein Licht im Dunkeln. Also für das hier. Okay. Und sieben zwei Federmäuse. Sauer hat gleich eine besondere Bedrohung. Du musst es aber dann von vorne anfangen. Du hast hier im Dunkeln-Dukle-Mind-Haus-Modus verlaufen. Du musst umkehren und zu neu versuchten. Bei 32. In drei Zügen. Bei 35. Auf geht's, Muggets. Also Marden. Jeder Gegner kriegt Konter an der Runde. Das ist schlecht. Da das in der Gegenwart an der Mine nicht umweckt. Bei 41. Quälende Dunkelheit. Ein zufälliger nicht einziger Erweckwünter erhält quälende Dunkelheit. Macht am Ende plus einen Bedrohung. Ein Lärm, den einer dann quert, macht, während er durch die Endlust Düsen erstolpert, droht alle Bewohner der Mine zu erwecken. Das klingt hier ein bisschen wie Moria. Und bei 47. Stolpern im Dunkeln. Entweder jeder Charakter einen Schaden, oder jeder Charakter zwei zu prägen Karten aus der Hand ablegt. Auch nicht so toll. Als ich gegen einen Schützbalken lehnt, stürzt ein Hagel aus Steinen auf deine Gruppe herab. Als würde sogar die Miene selbst erinnern werden wollen. Okay. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch? Vier Minuten. Ja, wir können wohl hier nicht anfangen. Also Legolas kann Fernkampf. Die dreigen leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber Legolas könnt ihr zum Beispiel schon mal eine Federmaus töten. Ich denke, man sollte möglichst schnell das schon mal in der Ferne auflösen. Weil ich glaube, der... Also es scheint ja so, dass er halt hier Kosten senkt für das hier. Und das braucht man anscheinend, um rauszukommen. Stern tut mich natürlich hier die besondere Bedrohung, weil die setzt das alles wahrscheinlich auf Null zurück. Ähm, ansonsten... Die Fackel ist ganz nett, der starke Wille verstehe ich nicht ganz. Aber, ja, gut. Man kann alle Helden nochmal bereit machen, also schlecht ist er nicht. Und die Hoffnung ist auf jeden Fall schön. Entweder Leben oder Minus Bedrohung, das ist auf jeden Fall schön. Bei Sauron gefällt mir das mit dem Konter natürlich nicht. Gefähne Dunkelheit finde ich jetzt nicht so schlimm. Ach, ein nicht einzigartig Verbündeteil das. Okay, dann ist es doof. Weil der Verbündete, den muss man halt in Loswendung hier. Aber das kann man, das finde ich nicht so schlimm. Das, ich glaube, bei dem Dunkeln ist natürlich egal. Mit entweder einem Charakter am Schaden oder zwei zufällige Anfahrten weg. Wir brauchen halt hier jetzt nicht anfangen. Weil wir haben jetzt noch zwei Minuten. Zwei Minuten schaffen wir es nicht. Ja gut, aber wir wissen, was uns hier erwartet. Und zumindest der Anfang in der ehemaligen Zwergenmine scheint jetzt nicht so schlimm zu sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, kurze Folge. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Vielleicht proben wir es beim nächsten Mal auch nochmal mit dem reinen Lila Deck. Aber das Dunkel-Deck irgendwie hat es mich da an den Fingern geduckt. Morgen kommen halt jetzt nur zwei Folgen. Ich hoffe, dass wir uns dann wieder sehen, schrägstrich hören. Ja, ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann wieder sehen, schrägstrich hören. Bis dahin, Freunde. Ihr habt euch wohl.